Das ist ein Freitag. Wir werden alle zwei Wochen einen Twitch-Stream geben, wo wir Dark Souls spielen. Wenn ihr mit dabei sein wollt, folgt uns gerne auf Twitch. Ich blende euch das Ganze mal hier so weit ein. Und habt Spaß jetzt bei der einen Stunde, die wir jetzt gemeinsam Dark Souls zum allerersten Mal erleben. Und wir gucken mal, was so alles passiert. So, das ist Dark Souls. Und wir geben dem Charakter natürlich einen Namen. Und selbstverständlich, weil der Stevie nicht live bei Dark Souls mit dabei ist. Weil er natürlich irgendwie nicht so richtig Dark Souls will oder sonstiges. Ist er trotzdem vertreten, indem wir ihn einfach Steve nennen. Ja. Steve ist, äh, männlich. Obwohl. Naja. Manchmal schon, manchmal nein. Und jetzt geht's nämlich los. Wir haben jetzt hier super viele Variationen. Da sehen wir auch auf der linken Seite. Da, ganz links. Äh, sehen wir, ähm... Stufen. I don't know. Chat. Wer schon mal Dark Souls gespielt hat? Wen sollen wir wählen? Vagabund klingt eigentlich ganz gut, aber Zauberer klingt auch spannend. Ja, da gebe ich euch recht. Wie stehst du zu Magie? Ey, ich bin da vollkommen offen. Magie, Nahkampf, Fernkampf. Ich bin für alles zu haben. Ich glaube, ich würde den Vagabund nehmen, aber ich habe selbst echt auch keine Ahnung von dem Spiel. Was ist denn der Vagabund? Lass uns doch mal gucken. Der Vagabund. Zielhoser Wanderer für Krummseele und hohe Beweglichkeit. Die hohe Beweglichkeit könnte mir, glaube ich, gut tun, um auszuweichen, ne, Beweglichkeit und so. Ich meine, er hat ja auch ein paar Stats, also er hat ja auch ein paar Waffenmöglichkeiten. Aber so ein Zauberer ist natürlich auch nicht verkehrt. Wobei, der ist natürlich jetzt, sag ich jetzt mal, nahkampftechnisch. Ja, das wird nicht so einfach. Aber Vagabund? Ich glaube, der Vagabund, der ist eigentlich ganz nice. Ja, Vitalität und Konditionen nicht schlecht. So, Vitalität 10, Kondition 10. Den finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Was hat denn der Zauberer? Der Zauberer hat 8 und 8. Ja, ich würde sagen, Vagabund, oder? Ja, komm, wir nehmen die Vagabunden. Eine Gabe. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt eine Gabe? Vagabund ist auch recht ausgeglichen. Ja, finde ich auch. Also Vagabund würde ich, glaube ich, auch... Ja, komm, wir nehmen die Vagabunden auf jeden Fall. Aber was ist denn jetzt die Gabe? Ich glaube, Elixier des weißen Pfades heilt jegliche Verletzung. Ah, okay, da kriege ich auf jeden Fall schon mal Getränke. Generalschlüssel? Wie? Oh, es gibt einen Generalschlüssel. Okay. Wir nehmen den Generalschlüssel. Hä? 2 von 7. Gut aufgepasst. Da gucke ich mir auch gar nicht andere Gaben an, sondern den Dings. Oha. Ja. Stevie. Also Stevie würde jetzt wahrscheinlich nicht mehr dabei sein, aber... Weil wir ja Steve hier, äh, nachbilden... Also... Also ich sag mal dünn... Nee. Also er... Nee. Gespenstisch? Nee. Ich würde erst sagen kräftig. Stevie ist kräftig. Der ist ein... Also mit Stevie... Gegen Stevie will ich mich eigentlich nicht, ne? Also so... 1v1 wäre... Würde ich nicht gut finden. Wo wir... Wieder bei... Die Katze im Sack wären. Einfach gleich den Generalschlüssel nehmen, ohne vorher... Das andere anzuschauen. Ey. Ab und zu, ne? Weißt du? Jojo. Da ist... Korpulente Figur. Korpulente ist jetzt Stevie eigentlich auch nicht. Stevie ist einfach kräftig. Also... Ich glaub, wenn der mir eine zimmert, dann... Weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Also dick ist auf gar keinen Fall. Kräftiger Rumpf. Kräftige Beine. Kopflastig. Kleinköpfig. Nee. Komm, wir nehmen kräftig, oder? Ich würde auch kräftig nehmen. Ja, genau. Jojo. Guck mal. Jojo ist es bei mir. Komm, wir nehmen kräftig. Jetzt geht's los. Gesicht. Ach du Scheiße. Ich bin ehrlich, vom Gesicht, glaub ich, werden wir nicht allzu viel sehen. Weil ich glaub, bei den meisten Dingern, die ich irgendwie gesehen habe, siehst du A, die Figur E nur von hinten und B, haben die meistens einen Helm auf. Deswegen würde ich einfach sagen, Berger. Frisur. Jawohl. Bei der Frisur, da weiß ich schon was, was Stevie machen. Stevie hat ja lange Haare. Also genau diese Frisur werden wir machen. Pferdeschwanz. Alles wild. Oh, wobei. Stevie, wenn er sein Haar offen trägt, dann ist der auch... Dann sieht es wild aus. Mittelscheitel. Ich glaub, Stevie hat kein Mittelscheitel. Mittellang? Nee, das ist auch nicht Stevie. Ja, lock ich auf gar keinen Fall. Pagenschnitt? Nee, komm, wir nehmen Schwert auf Pferdeschwanz. Topf. So sieht's aus. So. Oh, die Farbe. Chat. Ihr dürft einmal raten, welche Haarfarbe wird Stevie von mir bekommen? Stevie ist entweder grau. Naja, wird er mit unserem Kanal und mit den ganzen Horrorgames hier so spielen, wird er immer grauer? Oder silber? Ich bin eigentlich denn eher für... Ach, grau, oder? Grau, grau passt schon. Ja, grau, grau, Herr Junge. Ja, 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 ja. Wir machen grau. So, das Spiel mit diesem Charakter beginnen. Auf jeden Fall. Der Stevie ist auch mit dabei. Sehr schön, Stevie. So, ich... Ich setz mir meinen Teil an. Die Welt war unformiert, schroudet von Fog. A Land of Grey Crags, Archtrees, und Everlasting Dragons. Aber dann gab es Feuer. Und mit Feuer kam Disparität. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came, and found the souls of lords within the flame, Nito, the first of the dead, the witch of Izalith, and her daughters of chaos, Gwyn, the lord of sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bullets peeled apart their stone scales. The witches moved to great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scalus, betrayed his own, and the dragons were no more. Oh, flashbang. Thus began the age of fire. But soon, the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless lights. And among the living are seen, carriers of the accursed dark sign. Okay. Oder auch noch nicht. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away, to await the end of the world. Okay. This is your fate. This is my fate. Hm, nette Ratten. Na schön. So, das ist jetzt, das sind wir. Also, das ist Steve, um genau zu sein. Oh, Steve, du siehst aber, das sieht nicht so gesund aus. Das auch nicht. Wer bist du denn? Ein Ritter. Von Gwyn. Ey, 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 ey. Du hast aber ein paar Namen im Gesicht, du. Ist aber, das sieht nicht gut aus. Ja, Stevie. Wie, Steve? Ja, mein Charakter ist Steve. Ist ja so, also, ne? Stevie, wenn du schon nicht mitspielst und, äh, nur im Chat mit aktiv bist, äh, dann musst du hier im Spiel vertreten sein. Ja, da hast du die Charaktererstellung nicht mitbekommen. Musst du dir leider, äh, auf YouTube nochmal angucken. Tja. Gut. Leiche plündern. Kerker Zellenschlüssel. Ja, okay. Ähm. Oh Gott. Okay. Ich muss erstmal kurz die Steuerung. Okay. Also, wir spielen das Ganze auch wieder mit, äh, ne? Xbox, äh, Controller. Der Kerker Zellenschlüssel benutzt. Und, wie gesagt, ich hab von dem Game Null. Ahnung, ich hab das selbst. Kamerasteuerung, ja. Okay, ich hab, äh, das immer nur gesehen bei anderen. Ähm, wie gesagt, die sind hier immer nur so durchgerannt. Aber die kennen auch die Settings, ne? Also muss man auch ganz klar sagen, Angriff X. Okay. Okay. Komm her, Jodo. Komm her auf, du crazy. Okay. Achso, ja, Chat. Ganz kurz. Ich weiß, ähm. Oh, warte. Kann ich hier gar nicht passieren? Ist das jetzt Pause eigentlich? Oder eher weniger? Okay. Äh, ich hab keine Ahnung, ob das jetzt Pause ist oder nicht. Ich sag mal ja. Chat. Ich mach nur eine Kleinigkeit. Äh, und zwar Chat. Äh, werden wir die erste halbe Stunde überleben? Ja oder nein? Dazu werde ich jetzt eine kleine Wette mal aufmachen für euch. Damit ihr da in Ruhe gucken könnt. Äh, und... Ihr könnt ja selbst entscheiden. Ne? Äh, überlebe ich die erste halbe Stunde? Oder, äh... Nicht. So, überlebt. Benni. Die... ersten... 30... Minuten. Zack. Ergebnis. Ja. Nein. Feuersage starten. Ihr könnt wetten für die nächsten zwei Minuten. Feuersage ist gestartet. Ich wünsche euch viel Spaß. Benni, der alte Gambler ist. So sieht's aus. Wir müssen einfach mal ein bisschen gambeln. Wir müssen ein bisschen die... die, äh... Coffees verteilen. Äh... Damit ihr schöne Sound-Alerts habt. So. Äh... Ich hoffe, das dürfte euch jetzt eingeblendet sein... Äh... werden. Ähm... Und ihr könnt einfach mal drauf setzen. Okay. Wenn ich den da sehe, glaube ich selber nicht dran, dass ich die erste halbe Stunde überlebe. Äh... Schwerer Angriff, RT. Oha. Äh... Komm her, ihr... Mach doch nicht so! Äh... Okay. Easy. Easy. Äh... Sprinten, okay. Verstehe. Da kann ich dann sprinten. Cool, 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 cool. Äh... Was ist das hier? Rücken um... Fixierung. Äh... Was ist hier? Ah! Das ist ja nice. Mehr hier. Okay, also... Der Anfang ist natürlich... Ein bisschen leichter. Gib ich... Gib ich... Ne? Ist ja jetzt Tutorial. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt schon sterbe. Obwohl, ich... Ich will es nicht... Ich will es nicht forcieren. Bin ich auch ehrlich, ne? Äh... Und die Frisur erst. Ja, Stevie, wie gesagt... Schau dir das Ganze auf YouTube an. Dann wirst du sehen... Wie der Charakter hier erstellt wurde. Was ist es hier? Am Leuchtfeuer rasten, um zu regenerieren. Ja, okay. Also das kennt man ja, ne? Hier, Leuchtfeuer entfachen. Ist ja auch gleichzeitig mein... Eine Art Save Point. Und ich kann meine Stats halt hier... Wieder auffrischen. Ja, das ist natürlich auch ganz... Nice. Hier komme ich nicht rein. Okay. Gibt es denn sonst noch hier irgendwas? Ich weiß ja, wie gesagt... Dark Souls selbst noch nie gespielt. Immer nur gesehen. So ein, zwei Sachen kenn ich halt. Äh... Aus den... Aus den... Playthrough Sachen. Aber halt nicht alles. Penny, der Mann, der im Intro starb. Freundchen. Ja, wir... Wir gucken jetzt erstmal, was jetzt hier kommt. Hm... Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen fishy aus. So eine große Halle. Bin ehrlich. Ich habe ein bisschen... Ein bisschen Schiss. Weg hier. LOL. Okay. Ähm. Nein, nein, nein. Nein. Falsche Taste. Nein, 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 nein. Okay, das... Hätte jetzt... Ganz schnell gehen können. Ganz schnell. Wir setzen uns mal ans Lagerfeuer. Das ist ja... Das war ja gar nicht gut. Okay. Was haben wir hier? Nimm dein Schild. Ich habe ein Schild. Warte kurz. Habe ich ein Schild? Ich habe kein Schild. Ich habe ein Schwertgriff. Aber kein Schild. Oder sollte ich hier eins finden? Oh, ich bin verboten. Nein, 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 nein. Gott. Okay, mit der Steuerung muss ich... Ich habe ein Schild. Ist hier jemand drin? Ah, okay. Nachricht lesen. Wird links ausgerüstet... Abwehrhaltung. LB. Okay. Und hier steht... Menü Waffen Ausrüstung wechseln. Kann ich den jetzt hier einfach angreifen? Okay, kommt nicht durch. Cool, 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 cool. Man sollte nicht... Ich mache den hier kaum... Komm, Schaden! Ey, wie lange soll ich denn an dem sitzen? Nein! Weg da! Nein! Lass mich in Ruhe! Muss ich einfach nur vor dem... Vor dem... Vor dem Flüchten? Hör mal auf! Ich sehe nichts. Ich bin rausgetappt. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Mach doch nicht sowas! Spiel! Nicht mit mir! Mach ran hier! Ey, sowas ist aber auch fucking unfair. Wenn auf einmal das Spiel sich minimiert... Was war das denn für ein Kick? Ich kann... Ich kann treten? Nein! Auf den Bogen zu spannen. Okay. Einfach mal gegen die Wand. Ich hoffe ja auch, dass das jetzt hier irgendwas bringt, dass der mir irgendwas geiles fallen lässt. 20 Seelen. Und kein Loot! Also der hier vorne, der hat ja Loot! Krummsäbel. Warte mal. Krummsäbel werden wir mal sofort ausstatten, oder? Jawoll! Jetzt... Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt... Sprechen wir. Warte, ist hier? Waffe umschalten, Gegenstand... Gegenstand umschalten. Die Waffe umschalten, Gegenstand umschalten. Ah! Verstehe. Okay, cool. Cool, 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 cool. Vielleicht sollte ich nicht so fort hier durchrennen. Okay, diese Wände... Weiß ich, dass das entweder ein neues Gebiet ist, oder... Boss-Fight-Raum. Ich hoffe, es ist nur ein neues Gebiet. Schild. Ja... Sieht aus wie ein neues Gebiet. Ey geil, wer bist du denn? Bist du der Typ, der mir... Der mich befreit hat? Was ist hier? Schritt zurück. Ey, Rolle. Ah! Ah, okay. Das hatten wir vorhin ja schon mal versehentlich. Komme ich da einfach hoch? Hallo? Ich will den... Ey, gut. Da komm ich nicht hoch. Äh... Manchmal gibt's hier so unsichtbare Wände. Also, so viel weiß ich auch. Von... Dark Souls? Dass... Man Wände so spawnen lassen könnte. Spawnen lassen könnte? Ist auch das falsche Deutsch. Egal. Was ich auch noch weiß, zumindest aus den Speedruns, in Anführungsstrichen, und von DLTU, ist, dass hier oben, glaub ich, ne Kugel ist, die jetzt ausgelöst wird. Die mich fast rumbringt. Okay. Nice. Um dass wir hier reinkommen. Weil der Typ hier uns irgendwas... mitgibt. Oder so. Ich weiß nicht. Oh, du. Du bist kein Hollow. Danke, Gott. Ich bin fertig, ich glaube. Ich weiß nicht. Du gehst bald. Dann, du verlierst meine Sanität. Ich wünsche dir etwas über dich. Du und ich, wir sind beide nicht tot. Hör mir aus, will du? Okay. Ja, ich, ich, ich möcht... Ja, ich, ich hör dir zu. Okay. Okay. Du bist ein Exodus von den Undead Asylum, und machte Pilgrimage in den Land von Ancient Lords. Wenn du die Bellen von Awakening ringestest, den Geist des Undead wirst du wissen. Well, jetzt wirst du wissen. Und ich kann sterben mit Hoffnung in meinem Herz. Oh, noch etwas. Hier. Geh das. Eine Esters Flaske. Eine unverteidliche Liege. Oh, und das. Jetzt muss ich auf Wiedersehen. Ich will dich nach der Tod verhindern. Also geh jetzt. Und danke dir. Inwiefern? Wie, wie willst du uns denn jetzt töten? Also, wie willst du uns denn jetzt irgendwie was... Now I must bid farewell. Ja. I would hate to harm you after death. So geh jetzt. Und danke dir. Ach so, nach deinem Tod willst du uns nichts antun. Deswegen sollen wir uns lieber verpissen. Okay. Kann ich dich einfach töten? War das jetzt Clue? Was? Wie, why? Also, ja... I don't know. Aber... Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Estos Flakus füllen am Leuchtball... Ach ja, Estos... Ja, Estos Flakus ist ja unser... Ähm... Damit heilen wir uns ja. Warum habe ich eigentlich schon Schaden? Ach so, ja. Ich habe vorhin von dem anderen Typen da schon Schaden bekommen. Shit. Öffne. Ah, geil! Shortcut! Unser Red Bull. Ey Junge. Durch Vorrichtung verschossen. Äh... Ja. Es ist unser Red Bull, der uns wieder aufmöppelt. So. Ich würde aber trotzdem gerne... Also, ich würde gerne wissen, wie ich da hinten hochkomme, weil da liegt noch Loot. Oh, hallo! Wer sind sie denn? Lass du... Also, der Säbel gefällt mir. Der Säbel macht ja mal richtig Kladderadatsch. Das gefällt mir. Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Okay. Loll. War ich dadurch mehr Schaden? X-Tritt. RT. Sprungangriff. Was ist denn jetzt RT? Ach da. Okay. Hab ich verstanden? Ja. Sprungangriff. rasten bleibe lebt die gegner wieder ja stimmt 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 also jetzt mal wenn wir rasten werden so gegner quasi ganz normal wieder also hier so werden dann einfach wieder gespawnt was für ein schaden nein das war nicht gut lassen sie von mir warte mal ich weiß nicht doppelt finde ich nicht so gut ich würde gern irgendwas zum verteidigen haben ach guck mal hier ist wieder so ein der säbel macht aber auch da margen während des fallens sturzangriff x halte ich irgendwo unter ich bin nicht einhändige waffen macht mehr schaden ja ok rücke x hinter einem gegner kritischer angriff das haben wir vorhin versehentlich schon mal gemacht barriere angriff abwehren und kontern parieren ist natürlich das ist die kunst freunde dann ist die kunst und einfach nein nein wir werden erstmal hier er hat mir ja ganz schön der mitgemacht der 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 böse nicht ne freundchen ich will den ich will den kritischen schaden machen warum kann ich den nicht machen ich bin noch hinter ihm und drücke x komm mal her hier komm mal her nein jetzt aber immer noch nicht nein trinkst du ja nicht gesund was fällt dir ein was ist meine to do kann ich jetzt hier durch verschlossen ich habe doch einen generalschlüssel wie kann denn der verschlossen sein ok während des fallens sturzangriff ok das ist ein boss fight ja nein 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 ich sehe nicht ich weiß nicht wo er ist ich habe keine auszauber mehr das könnte jetzt aber nein nein nein, 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 nein Nein, 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 nein. Wir machen hier keine Flugangriffe. No, 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 no. Du bist ja gar nicht so hässlich. Nein, 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 nein. Doch, schon wieder da ein Marsch bekommen. Schaff mal den ersten Bossfight. Also wenn ich so weitermache, nicht. Ich hab keine Estos Flakmus mehr. Okay, wenn ich jetzt auf die Fresse... Meine Fraser, Alter. Ich wollte grad sagen, wenn ich jetzt auf die Fresse kriege, dann ist es hier gleich ganz schnell Action weg. Und so wie es aussieht, ist hier gleich ganz schnell Action weg. Okay, ich muss mich ganz kurz konzentrieren, Chat. Ich guck kurz auf die Uhr. Wette verloren. Die erste halbe Stunde, ich bin gestoppt. Okay, warte kurz. Huch, falsche Taste. War doch gar nicht so schlecht. Ja, geht aber auch besser. So, äh, lass mich kurz gucken. Äh, Ergebnis wählen. Nein. Vorhersage abschließen. Hey, Junge. Ja, einfach ja. So, auf ein neues. Weil es so schön war. Mich kurz mal, ähm, abhusten. Gut. Achso. Ja, Deathcounter. Ja, ja, warte hier. Da, unter mir. Ich seh's gerade hier. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal raustappen. Ich seh's gerade nämlich nicht, ob der jetzt richtig hoch zählt oder nicht. Ja. Du hast uns diese Macht gegeben. Ja. Ist, äh, richtig. Ähm. Ja. Ja. Ist ja auch, äh, passend. Soll, äh, ja. Was? Dass ich den verliere. Das, äh, ist da, äh, ist doch der Anfänger-Boss-Fight. Warum rennst du eigentlich hier weg? Freundchen, bleib doch mal hier. Ich will meine Frust an dir auslassen. So. Boah, der Säbel ist eigentlich gar nicht so... Okay. So, aber hier, das Ding haben wir jetzt durch, ne? Ja, okay. Gut, der, der ist durch. Äh, dann gehen wir hier wieder rüber. Er traut. Alle guten Dinge sind zwei. Ja, manchmal auch... Ein paar mehr oder so. Ich weiß auch nicht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Oh, ja, die habe ich schon fast vergessen. Hey, 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 hey. Wir machen hier nicht so. Geh weg. Also, das Game, ich weiß, das Game verzeiht nicht viel. Also, eigentlich verzeiht das Game nichts. Aber... Ich sollte nicht so YOLO-mäßig reingehen. Das ist vielleicht nicht so die beste Taktik. Baby. So, komm mal her. Ich wäre jetzt bei dir. Nein. Ah, den kritischen Schaden wollte ich da mal ausprobieren, mein Freund. Und jetzt gibt es noch einen da mit gedämmelt. Und alles gut. Auf ein neues. Und ich habe von irgendwas... Warum habe ich denn jetzt schon wieder Schaden bekommen? Ich gehe... Angeklatscht gehe ich da oben rein. Nein. Und vor allen Dingen, das sind ja jetzt nicht die Gegner. Egal. Let's do it. Auf ein zweites. Und... Runde. Also, der hat jetzt mal richtig damage gemacht. Nein, 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 nein. Ich habe doch... So, wie du jetzt erst mal hier die Seelen... Ich kann mir nicht die Seelen nehmen. Okay, jetzt nochmal. Ja, okay. Cool, cool, cool. Nein, wir fliegen nicht. Nein, wir lassen das sein. Hör auf. Jetzt kriegst du erst mal hier ein bisschen auf tief. Nein, 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 nein. Den zweiten Schlag, den muss ich mir... Der ist sehr... Nein, 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 nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, der war nicht gut. Der war gar nicht gut. Lassen Sie mich. Ich habe doch... Safe habe ich doch. Hariert. Also, bin ich ausgewichen. So, jetzt kriegst du deinen Zuckerarsch. Kriegst du die Scheiße hier drücken. Puh. Man muss sich abgewöhnen, gierig draufzuhauen. Alles richtig. Das fällt mir aber sehr schwer. So, Schlüssel des großen Pilgers und Menschlichkeit. Okay. Mutti ist auch da. Hi Mutti. Wir spielen, wie gewünscht mal von euch, ne? Eine Runde Dark Souls. Heute ausnahmsweise auf Twitch, aber auch maximal nur eine Stunde. Du hast da ja schon eine Menge verpasst. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ab dem 10. Und ab dem 10. Gutti geht's alle zwei Wochen Freidex. Also, alle zwei Wochen Freidex werden wir Dark Souls spielen. So lange, wie ich Bock hab. Und das wird spaßig, glaub ich. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Und das hört sich da draußen an, als ob da irgendwie noch was Großes auf uns wartet. Warum? Warum tappt der mein... Warum tappt der denn hier andauernd raus? Das versteh ich nicht. Gut gemacht. Weiter geradeaus. Also, Stevie, ich glaub wir sind untot. Ich glaub nicht, dass du lebst. Weil so hab ich jetzt den Charakter nicht erstellt. Okay. Gibt's hier denn noch irgendwas zu... Entdecken oder zu holen? Ey, ich hab ein bisschen Angst. Darunter zu fallen. Oder? Ach komm, scheiß auf. Wir gehen einfach weiter. Gibt's hier noch was? Hallo? Irgendwie... Blut? Ohohohoho. Ja, da geht's tief runter. Ja, mach doch! Ach so, das ist... Also, ist das jetzt unser Transportmittel? Lordrin? Wer ist denn Lordrin jetzt auf einmal? Ja, ist unser Flugtaxi. Nennt sich auch gerne Taxi-Rabe? Klar. Äh, okay. Ja, Lordrin steige auf und entfache Leuchtfeuer. Feuerwarn schreien. Ja, das kennt man. Also, das ist, das ist so, das, äh... Das ist so die Sache, die, die man kennt. Find ich ja nicht. Also, das hier ist so... Oh, Blut. Blut, 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 Blut! Menschlichkeit. Drei Stück. Und wer bist du hier? Möchte ich dich anquatschen? Ja, möchte ich dich anquatschen? Weiß ich nicht. Ich lass dich mal noch in Ruhe, wenn du hier so rumsitzt. Ich weiß nicht, ob ich hier so ungeschützt einfach rumlaufen sollte. Was ist denn hier? Warum ist... Da ist eine Kiste, die ist offen. Warum? Okay. Äh, Chatfunk. Für alle, die das Spiel schon mal gespielt haben, ähm, mal eine kurze Nachfrage. Also, ihr könnt ruhig ab und zu mal, äh, gerne ein paar, paar Infos dropen, wenn ihr wollt. Ähm, wenn ich hier die Dinger zerstöre, hier, diese ganzen Vasen, könnte sich dahinter auch Loot verbinden? Äh, verbinden? Verstecken? Also, ne? Wäre das eine Möglichkeit? Also, muss ich alles kaputt machen, um... Weiß ich nicht. Sachen zu finden? Gestenmenü, ich kann Gesten machen. Habeirufen, nach unten zeigen, nach oben zeigen, vorwärts deuten... Winken. Hey, Chat! Hey! Hey, ich kann winken. Cool, da ist ja noch so einer. Der hat einen dicken Kolben in der Hand. Ich weiß nicht, ich glaube, den quatsch ich erst recht nicht an, ne? Also, ich weiß nicht. Okay, also, ich bin, ich bin, ich bin ja jetzt ein bisschen... Ich hab ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Und, äh, ne? Aber hier ist nochmal Loot. Okay. Brandbombe. Sechs Stück? Brandbomben find ich gut. Flugtaxi. Naja, Hashtag ab 18. Wie, Hashtag ab 18? Sind die wie? Was? Wie? Warum? Kommst du jetzt auf Hektik? Hey, hey, hey. Hashtag ab 18. Wegen den dicken Kolben, den er da in der Hand zählt. Wer weiß? Wer weiß? Wo kommen wir denn hier? Ich sollte vielleicht einfach mal mit dem Schild einfach... Da oben ist Loot. Mit dem Schild laufen. Und hier oben sind auch ganz viele Gegner. Ah. Okay, komm. Die müsste ich ja... Oh, hier ist ja nochmal Loot. Die müsste ich ja hinkriegen, oder? Naja, komm hier. Äh, die Schma... Jetzt... Du holst jetzt Freunde? Feuer? Nein, nein, nein. Ach. Boah, die ist aber fies. Okay, okay, okay. Die habe ich schon mal weg. Wer schmeißt denn hier? Du Wichser. So, warte mal. Dich erledige ich jetzt als erstes. Nein. Da ist ja noch einer. Nein. Geh weg. Oh. Leck mich. Nein. Alter, das war aber... Ich habe mich da schon fallen gesehen. So. Ich wollte oben hin wegen Loot. Ja, ich weiß. Ich verstehe. Oh Gott. Gut, da geht es auch noch rein. Ich habe die schon auch schon fallen sehen. Ja, 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 ja. Ich mich leider auch schon... Oh Gott, die Steuerung. Also ich... Ich... Safe werde ich durch irgendeine Kackdummheit von mir gefühlt hundertmal alleine sterben, nur weil ich das Movement nicht richtig hinkriege. Oh. Da sind auch nochmal zwei Sachen. Und da ist nochmal so ein Gegner. Will ich den Gegner irgendwie noch... Komm mal mit. Das ist mir da ein bisschen zu gefährlich an... An... Der kann T. Wow. Kann ich dich hier kritisch... Mh... Kritisch. Ich will dich kritisch. Nein. Jetzt. Nein. Okay, du bist trotzdem tot. Tod ist tot. Wie ist mir... Wurst. Das ist echt sehr nah an der Kante. Ich... Äh... Und wie komme ich jetzt da hin? Warte mal. Kann ich da einfach so... Ja, natürlich nicht. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube der... Äh... Der Bait sei schon. Ich glaube der Loot ist Bait. Äh... Wie... Also ich kann ja nicht springen. Oder kann ich springen? Chat kann ich springen. Also gibt es eine Möglichkeit hier in Dark Souls zu springen? Vielleicht wenn ich sprinte und nochmal Dings... Okay, wenn ich sprinte und... Dann nochmal die Sprint-Taste drücke. Dann springt er. Ich bin ehrlich. Das ist ganz schön knapp da hinten. Ich glaube wir quatschen erstmal mit dem Typen hier am Lagerfeuer. Äh... Beziehungsweise wir... Wir setzen uns kurz mal hier hin. Über unser Leben wieder aufzustocken. Wobei wir hätten jetzt auch noch einen Red Bull trinken können hier unten. Und wir reden den Typen jetzt einfach mal an. Ja, well, well, well. Ja. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better than the rot in the undead asylum. Ach so. In der Schönstatt. Bring them both. And something happened. Brilliant, right? Okay. Okay. Ja, well, so. Ja. Okay. 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 Äh, aufleveln? Äh, aufleveln geht ja hier am Feuer, oder? Aushöhlung, umkehren Aufsteigen, ne? Aufsteigen ist Level, oder, Chat? Oh ja, aufsteigen ist Level Okay, okay, okay Also, wir sind Stufe 3 Also Stevie, Stufe 3 Ähm Ei, was leveln wir denn? Ach du Scheiße Es ist ja Es gibt ja so viel Also Vitalität ist, glaube ich, Kondition und Stärke Und Beweglichkeit ist auch wichtig Vitalität ist Leben Leben ist immer wichtig Kondition ist auch wichtig Also ich würde mal auf Kondition Leben Oh ne, warte mal Machen wir lieber so rum Und zweimal Kondition Oder machen wir Vitalität, Kondition und Stärke, Chat Beweglichkeit ist bei 14, finde ich Aktuell noch Okay Wird denn im Laufe der Zeit Wird man es wahrscheinlich verbessern Aber so ist erstmal, finde ich Mit 14, finde ich nice Alles auf 11 Also quasi so Stärke ist auch gut Komm, machen wir alles auf 11 erstmal Also die 3 Werte Also die 3 Werte Weil Zauberei Zaubern tun wir ja nicht Weil wir haben ja den Vagabunden gewählt Wir sind ja kein Zauberer Resistenz ist Brauchen wir, glaube ich Später Wenn's denn Um solche Sachen geht Wie Weiß ich nicht Na komm, wir machen das Wir machen das erstmal so Ja Cool So und jetzt labern wir den Typen hier nochmal zu Weil Soweit ich weiß Müssen wir den so oft anlabern Bis der sich wiederholt Weil manchmal gibt der ja dann ein Stuff Oder auch nicht Oder Lacht der uns gerade wegen unserem Gesicht aus Was ich auch übrigens weiß Chat ist Man kann jeden NPC Den man hier hat Kann man auch töten Also alleine für diese Für diesen Kommentar Würde ich ja am liebsten sagen Wir säbeln ihn weg Okay Also wir haben ja Menschlichkeit, glaube ich Wenn ich's moralisch Hallo Stevie, der hat dich beleidigt Der hat dein Gesicht ausgelacht Ja, ich Möchte nur sagen Das Muss auch Konsequenzen geben Irgendwann mal Der provoziert mich Wobei Man muss auch sagen Die NPCs sind schon scheiße stark Also entweder erzählst du deine Story Oder du lässt sie bleiben Ja, okay Ja, okay Okay Befindet sich da drunter Okay Okay, okay Gibt's denn Hast du Hast du noch mehr Zusagen? Das ist aber Mal wieder Mal wieder So sind wir jetzt wirklich durch mit ihm Und können wir ihm jetzt einfach Eine mit dem Säbel geben Können wir es mal ohne kaputt zu sehen Selbstverständlich könnt ihr Stevie natürlich auch ohne kaputt zu sehen Also Chat nichts leichter als das Äh Ablegen 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 Wir zeigen euch mal Stevie ein bisschen nackig Oh Gott Ja, Stevie ist auf jeden Fall untut So Stevie Du hast aber einen flachen Hintern Also Sexy ist anders Aber wir können ja auch mal zeigen Wie du aussiehst Wenn du menschlich wärst Äh Ich glaub Das heißt denn Aushüllung Umkehr Keine Menschlichkeit Was? Hä? Habe ich nicht Menschlichkeit vorhin gesammelt? Menschlichkeit Benutzen Eine Ich weiß jetzt nicht Ob ich jetzt hier gerade Blödsinn mache Freunde Aber ihr werdet zwischendragen So Und wenn ich jetzt sage Aushüllung umkehren Menschlichkeit da bieten Um Aushüllung umzukehren Ja Weil bis jetzt sind wir ja untot Jetzt Nicht mehr So Jetzt gucken wir uns mal den Stevie In seiner Vollsten Pracht an Ne Steve Sehr kräftig Äh Äh Haben wir extra gewählt Ein wunderschönen Zopf Passende Haarfarbe Finde ich persönlich Ähm Trotzdem Den Knackasch Den Ne Also Knackasch hast du nicht Also Ob nun menschlich oder nicht Nicht vorhanden Gut Zieh ich dich mal wieder an Da kann sich ja keiner angucken Hier Das will doch keiner sehen So Das sieht schon besser aus So Wollen wir jetzt mal den anderen Typ noch anquatschen Also ich hoffe der ist Mir nicht böse gesinn Äh warte Wir nehmen vorsichtshalber mal hier das Schild Mit Hallo Fremder Reden Hallo Ich glaube wir sind uns nicht Begegnet Ich bin Petrus von Thoroughland Hast du mit uns Begegnet Wenn nicht Ich würde Schöne Eine Distanz Wenn möglich Okay Sollten wir ihn jetzt nochmal anquatschen Oder sollten wir uns lieber Sollten wir das sein lassen Hallo Hallo Ich habe herausgefunden Ich habe mich gefragt Dass wir unsere Distanz Aber ich möchte auch Sie wissen Dass es nicht In Illwill Hier Geh das Als Token Of Peace Nein Geh vor Es ist für dich Kupferhäuser Oh mein Nein 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 Oh Ich weiß Wie geht es Ich muss meine Kumpanien hier Also Was wenn ich dir Mirackeln Wollte das Dir Ja ich ja Bennys andere Chars aus anderen Games kenne Ist das ja schon Als Jetzt kommen wir Hey Stevie Das ist der Hallo Hallo Ich wollte es Ich habe es mit dem Chat Zusammen gemacht Ne Äh Ja Sollten wir Darauf eingehen Auf Diese Wundergeschichte Die er da uns anbietet Wie hast du dich entschieden Ja Nein Vielleicht Äh Ich bin überfordert Chat Chat Oh Hilfe Wir haben uns echt Mühe gegeben Ja Stevie Wir haben uns wirklich Mühe gegeben Ähm Ich würde sagen Wir entscheiden uns für Ja Hautfarbe war Dann mehr Typ 405 So sieht es aus Achso Wie in Wahn Ich sag mal ja Sehr gut Dann erst Ein Kovenant mit den Gästen Aktuell Eid widerrufen Und diesen Eid leisten Welchen Eid habe ich denn Ach Mann Ich bin überfordert Ich hätte hier nicht Raufdrücken sollen Äh Ja Du hast einen Eid geleistet Was heißt das jetzt Was denn von Ich kann Gegenstände kaufen Ich hab keinen Plan Ich hab keinen Plan Ich auch nicht Ich dachte zuerst Er gibt uns jetzt richtig Auf die Fresse Weil der uns ganz höflich Eigentlich drum gebeten hat Zu sagen Nö Bitte Geh Aber Ich war minimaliser für euch Also zumindest den Sound Ich muss vielleicht Soundsettings Technisch muss ich vielleicht nochmal ein bisschen Gegensteuern So wo geht's denn Ich lauf hier aber auch Immer ungedeck Also wirklich ungedeckt Hier einfach nur rum Äh Hinter jeder Ecke kann ja Irgend Irgendwas sein Und zum Beispiel Loot Aber save Das ist doch bait oder Uuuuh Ne Nicht Okay So Hier kann ich Gibt's hier noch irgendwas Ähm Das sieht aus Als ob das sehr weit Nach unten geht Muss das So Ja ne 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 Hier ist doch safe Ein Fahrstuhl Oder sowas oder Wenn ich jetzt Da runter gehe Ne 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 Ich Ich weiß nicht Ob das das Ob das das war Was der Typ Am Feuer Da erzählt hat Dass der Fahrstuhl Kaputt ist Und wir uns denn Hier irgendwie Äh Andersrum Warte mal Andersrum machen müssen Kann ich denn Ja kann ich Kann ich hier Geht's hier rein Nein Warum bin ich da lang gelaufen Kann ich hier durch Mh Nein Oh hier ist eine Kiste Wo bin ich denn hier Hier sind ja volle Kisten Chat Sterbe ich Wenn ich da runter Ich falten lasse Und wenn nicht Wie komm ich hier wieder raus Steh Was Habt ihr gut gemacht Dennoch Was Hört die Nicht auf mir Hänger Wie ausprobieren Hey Junge Ey Safe Ich sterb doch Oder Bei der Höhe Kann ich Kann ich glitschen Also ich probier gerne mal Immer Sachen aus Ah 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 Ob das Game hier Eventuell ein paar Äh Glitsches Zu Lässt Ey ich seh komm Ich sterb oder Komm Just do it Okay Noch nicht Gar nicht so viel Fallschaden bekommen Das Problem ist Wie komm ich hier wieder raus Ich bin gefangen It's a trap Äh Wie mach ich die Achso einfach nur öffnen Okay Heimkehrknochen Also ich weiß auch Dass es Kisten geben soll Die Verzauberst Morgenstern Talisman Okay, 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 okay. Die, ähm... Baitsit, Schatzküste. Gebronster roter Augapfel. Krass. Der Fallschacht ist ja recht ordentlich. Das war der... Honeypot. Aber wie komme ich jetzt zurück? Chat, ich... Ach so, warte mal. Gibt's eventuell... Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Was macht denn dieser... Wir hatten doch grad... Hier. Kehrt zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurück. Ja, dann, dann. Und kostet mich die Welt. Ich hab ja sechs Stück gerade gefunden. Kann ich auch wieder raus aus der Sackgasse. Sehr gut. So, das ist da oben... Der, der triggert mich immer noch so hart. Chat, soll ich's probieren? Soll ich probieren, da oben den Loot zu... abzugreifen? Komm mit. Wir machen's. Wir machen's. Wir werden versuchen, da oben den Loot abzugreifen. Scheiße, die spawnen ja alle wieder. Shit. Die sind ja alle wieder da. Ja, nee, 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 nee. Ich kling's jetzt erst mal zwei. So, wer ist denn jetzt hier noch? Du bist hier noch. Kommoon. Kommen Sie, kommen Sie. No, no, no. No, 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 no. No. Okay, 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 okay. So, warte mal. Die da oben werfen wir mit Feuer. War, 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 war da nicht was? Nein, ich hab doch... Warte mal kurz. Wartet mal kurz. Ich hab gesagt, warte mal kurz. Hey, 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 lass mich doch mal hier kurz durch. Okay, wenn du dich nicht durchlässt, dann muss ich dich klatschen. Na. Na. Lass du das. Okay, ich brauch jetzt erst mal was zu trinken. Meine Fresse. Das tat ganz schön weh. So, du da oben, du hast auch noch was für mich. Komm mal runter. Ich kämpfe mit dir da oben nicht. So, okay. Okay, shit. Jetzt heißt es wahrscheinlich... Ach so, erstmal müssen wir den hier noch holen. Also, jetzt werden wir wahrscheinlich sterben. Bin ich ehrlich? Das wird nicht gut für mich aussehen. Nein, hör doch mal auf. Nimm ihn doch von hinten. Das hat er nicht gesagt. He's on higher ground. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Die Kacke ist, ich muss hier auch wieder zurück? So, und wie geht's jetzt weiter? Kann ich mich hier an der Kante? Geht das? Nein. Oh, oh, oh. Okay. Cool. Ich hoffe... Ey, das wäre jetzt auch krass, wenn jetzt hier noch ein Gegner wäre. Ich hoffe nicht, ne? Also, ich hoffe jetzt nicht, dass da jetzt noch ein Gegner kommt. Gegner. Äh, Gegner kommt! Okay, okay. Jet, wir haben die... Ring der Opferung. Was macht der denn? Was ist denn jetzt? Ring der Opferung? Äh, nee, war da die falsche Taste? Äh, Ringe. Nein! Bleib doch mal hier. Ring der Opferung. Äh, steht hier auch, was... Was er macht? Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferredoats von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger leidet bei seinem Tod keine Verluste. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Ja. Das heißt, ich kann ihn ein... Also, wenn ich ihn trage und ich sterbe, dann... Dann weide ich mein Stuff. Aber der Ring ist danach futsch. Bin ich davon mehr? Kann ich den duplizieren? Wahrscheinlich nicht. Ich stecke ab 18, ja... Weil von hinten und so. Ich weiß. Okay, wir... Schmieden uns jetzt hier lang. Ah! So, und jetzt heißt es, wie er zurückkommt. Shit, wie kriege ich denn jetzt hier Anlauf hin? Wunder, dass ich runterfalle. Nein, 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 nein! Ich sag euch, die Steuerung ist... Pain in... Yes! Oh, okay. Gut. Haben wir geschafft, ohne zu sterben. Jetzt lassen wir uns doch mal ganz kurz nach da oben gehen, weil wir haben ja jetzt hier die Reihe wieder gecleared. Weil wenn wir ja hier schon mal sind, können wir ja auch mal gucken, was sich hier... Oh, hier, guck mal, ich habe meinen Mut vergessen. Brandbomben. Sehr gut. Können wir ja mal gucken, weil wir haben ja hier vorhin einen Durchgang gesehen. Hallo? Oh, sei... Ja, ist auf jeden Fall gegen hier. Und Loot. Nein, nein, nein! Haha! Nein! Nein, nein, nein! Ratte! Hör doch auf! Mach doch nicht so! Sie hat mich fast giftet. Sie hat mich fast vergiftet. Okay. Cool. Ich habe echt... Oh, hier geht es auch nochmal durch. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Lässt sie von dieser Seite nicht öffnen. Ja, warum auch? Hier geht es hoch. Anderes Gebiet. Neue Gegner. Nope. Okay. Nope, 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 nope. Okay. Oh! Das war jetzt gar nicht so... Also, mein Säbel muss ich auch mal dazu sagen. Wissenrüstung. Mein Sä... Mein Säbel ist gar nicht so verkehrt. Oh, da kommt ja noch einer. Also, mein Säbel macht ganz schön... Jetzt fangen die wieder an, mit irgendwelchen Bomben zu schmeißen. Könnt ihr da mit aufhören? Hä? Ist hier noch einer? Hä? Ich höre doch noch jemanden laufen. Ach da. Ne, hier? Lassen sie mich. Lassen sie mich. Okay, danke. Also, ich muss wirklich sagen, der Säbel ist geil. Der Säbel hat auf jeden Fall was. Alles sehr, sehr nice. So, hier gibt es ein neues Gebiet, aber ich habe hier unten noch... Stuff. Den... Den Stuff will ich noch mitnehmen. Wer ist denn... Wer... Hängen die da einfach nur an der... Die hängen da einfach nur rum? Höh! Wo kommst du denn her? Wer bist du denn? Wo kam der denn her? Okay, der ist dort. No, 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 no. So fangen wir erst gar nicht an hier, Freunde. So nicht, so nicht. Okay. Danke. Gibt es hier noch irgendwie was? Wir hatten doch vorher noch irgendwo anders Loot. Ach ja, hier drüben. Aber ja, da hängen ein paar Leutchens. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wo geht's hier hin? Hier geht's einfach nur in die Sackgasse. Cool. So, lass mich raten. Hier gibt's jetzt noch irgendwo... Nee, hier gibt's keinen. Nee, okay. Nee. Okay. Okay. Wann sind's jetzt alle? Sind die auch gestorben? Ja, sind sie. Okay, guck, 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 guck. Abfall. Was für ein Bait. Warum bin ich denn hier reingekommen? Für Abfall. Ja, ist klar. So, geht's denn hier irgendwie weiter? Nee, auch nicht. Da ist ja auch noch einer. Komme ich denn da hin? Okay. Super viele Wege und super viel Loot, die man hier finden kann. Das ist krass. Nochmal Menschlichkeit. Okay. So. Ich würd gerne ein Lagerfeuer finden wollen. Oh, ja. Ich würd jetzt auf jeden Fall gerne ein Lager finden wollen. Weil unsere Stunde ist um. Das heißt, wir spielen jetzt noch, bis ich ein Lagerfeuer finde. Maximal. Um einmal dazwischen zu speichern. Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, da, da, da ist ein Gegner. Meine Güte. Okay. Da ist kein Gegner gewesen. Ich sollte echt nicht so AFK, Braid-AFK-mäßig hier so durchrennen. Kann ich da rüberspringen? Nein. Gut. Wir gehen jetzt... Okay, Chat. Wir suchen kein neues Lagerfeuer. Wir rennen jetzt... Wir rennen... Wir rennen einfach zurück. Wir rennen zurück. Und... Ist mir egal. Nope. 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 Da... Spudas... Ähm... Ja. Nee. Einfach... Einfach nö. So, hier muss ich jetzt wieder vorsichtig sein, wegen... Ah... Movement. Werd' einmal. Ja, wirklich. Das wird noch tricky, Freunde. Ich sehe mich, wie gesagt, schon echt hundertmal sterben. Einfach nur, weil ich einfach runter... Ah... Liege. Wie hier. Ich meine, ey, wir können es doch einfach mal... Ich könnte mich auch einfach töten lassen. Oder mich selbst um... Ich dachte, ich werde angegriffen. Dabei waren es einfach nur die Sträucher. Hier. Ich dachte, jetzt kommt sonst was auf mich zu gerannt. Gut. Chat. Und YouTube. Das Ganze war jetzt eine Stunde lang. Ich danke fürs Einschalten. Und für alle, die auf YouTube mit dabei sind. Ab dem 10. 2. Jede... Nicht jede Woche Freitag, sondern alle zwei Wochen am Freitag... Werden wir auf Twitch Dark Switch spielen. Wenn ihr mit dabei sein wollt und einfach mitentscheiden wollt, wie das Ganze hier weitergeht... Und einfach nicht mal eine Runde failen sehen wollt... Bossfights sehen wollt... Oder sagt... Ey, Betty, geh mal da hin. Oder geh mal dort hin. Schaltet einfach ein bei Twitch. Und bis dahin sag ich erstmal danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like da. Ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Twitch. Und bis dahin sag ich erstmal... Hang on! Und bis dahin sag ich erstmal...